Die Walküren, Kriegerinnen, die einen Pakt mit den Göttern eingegangen waren. Jede kann Ruhm für unsere Toten erringen. Sie können den Verdienstvollen einen Platz in Valhalla sichern. Aber sie entscheiden selbst, für wen sie kämpfen. Sie sind eins mit Schwer und Schäden. Schwer mit Pferdensucherinnen. Und vielleicht die einzige Hoffnung auf Erlösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Möhre. Ein passender Name für diesen schrecklichen Ort. Man schickte mich, um einen Weg zu finden. Suchen wir für den Anfang einen Außenposten, ein Lager oder sonst irgendwas. Möre. 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 Hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Überwachung und Verteidigung von Myra obliegt den vielen Häusern der Daimyo Ihre Verteidigung ist unterschiedlich stark Aber keinem der Kämpfer mangelt es an Können Geduld, Kriegsblut, ich befreie dich Schöpfe 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 Ich muss schnell die Docks finden. Vielleicht weiß einer von denen, wie man zur Stadt kommt. Ich muss schnell die Docks finden, wie man zur Stadt kommt. Es ist ein guter Tag zum Schaf! Also, was haben Sie gesagt? Ich spreche Ihre Sprache nicht. Tja, und jetzt brauchen wir Karten! Es gibt ein Kloster. Woher weißt du das? Warte hier! Ich hole Verstärkung! Warte hier auf uns! Warst Vilgeberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Na, endlich. Ich dachte mir, was immer ich brauche, ist sicher ganz oben. Das kam mir logisch vor. Das war's für heute. Oh, es ist genial. 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 Ja! Oh! Ja! Ah! 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 Marei Tarana! Ah! 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 Es waren zu viele. Ich konnte nur noch fliehen. Der einsame Kundschafter, der dieses Kloster fand, muss sich gewundert haben, was die leiden. Ich hatte, was wir brauchten. Einen Weg durch Myra. Die Stadt wäre unsere.